Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 31. Oktober So spricht der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen. Hesekiel 34, Vers 11 Das Reformationsfest ist ja gar kein richtiges christliches Fest, erklärte mir jemand. Denn sehen Sie doch, bei allen christlichen Festen handelt es sich um das, was Gott getan hat für uns. Er gibt den Sohn für uns in den Tod. Karfreitag Er erweckt ihn vom Tode. Ostern Er erhöht ihn zur Herrlichkeit. Himmelfahrt Er sendet uns den Heiligen Geist. Pfingsten Sehen Sie, da ist von den Heilstaten Gottes die Rede. Reformationsfest aber, da handelt es sich um Menschenwerk. Gewiss, so kann man das Reformationsfest sehen. Menschenwerk. Dann kommen so unechte Lutherbilder heraus, bei denen der Reformat dasteht wie ein Held mit der geballten Faust auf der Bibel. Aber solche Betrachtung ist falsch. Auch das Reformationsfest will von Taten Gottes zeugen. Es will sagen, Gott hat nicht nur einmal seine Kirche gegründet, auf den Grund Jesus Christus. Er nimmt sich seiner Kirche auch weiterhin an. Das Reformationsfest bezeugt, ich will mich meiner Herde selbst annehmen. In dem Kapitel, aus dem unser Wort stammt, ist erschütternd die Rede vom Versagen der menschlichen Hirten. Wir wollen jetzt nicht viel davon sprechen, wie sehr diese Hirten die Herde hungern ließen. Da griff Gott ein, ich will mich meiner Herde selbst annehmen. Er erweckte die Reformatoren, die neu der Herde das Evangelium brachten. Es gibt auch heute eine Verzweiflung an der Kirche. Die menschlichen Hirten können sie nicht retten. Aber der gute Hirte nimmt sich seiner Schafe an. Das sagt das Reformationsfest. Herr, du großer Hirte deiner Schafe, wirf Vertrauen auf dich. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen. Aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Jesus Christus segne dich.